Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin Roger Köppel und ich warne Sie, hier beginnt die Vorschau auf die Weltwoche. Das Blatt, das die Wirklichkeit eben so präsentiert, wie sie wirklich ist und nicht irgendwelche manipulierten oder zugerichteten Pseudofakten, wie das an anderer Stelle leider immer häufiger der Fall ist. Ich habe mich geärgert, damit eröffne ich dieses Programm, ich habe mich geärgert über die letzte Arena-Sendung des schweizerischen Fernsehens. Bei allem Respekt gegenüber dem jungen Kollegen Jonas Breuer, so geht es nicht. Das sage ich auch als Steuerzahler und Unternehmer, der jetzt also mit erheblichen Beiträgen dieses Staatsmonopol-Fernsehen unterstützen muss. Was ist der Stein des Anstosses? Breuer machte eine Sendung natürlich zum Thema Trump, Hassobjekt Trump, zum hunderttausendsten Mal. Er eröffnete seine Sendung mit einem empörenden Zitat. Er sagte nämlich, Trump, der amerikanische Präsident, habe die Medien, die Medien als Feinde des amerikanischen Volkes bezeichnet. Kollege von SRF, Roger Schawinski, auch eingeladen, er hat ja sonst noch eine Sendung, da sind alle ein bisschen reine, das ist eine Vetterli-Wirtschaft. Schawinski nahm das natürlich dankbar auf, empörte sich noch mehr mit vibrierender Stimme, wie wir es bei ihm kennen und schätzend schleuderte uns sein Entsetzen entgegen, und sagte, das hier wurde eine Grenze überschritten. Wer die Medien zum Feind des Volkes erklärt, der ist gegen die Demokratie. Liebe Kollegen, regt euch ab, nehmt ein Beruhigungsmittel, vielleicht auch mal eine psychotherapeutische Sitzung würde helfen. Sorry, Trump hat das so nie gesagt. In seinem Twitter-Eintrag, den es hier geht, am 17. Februar, sagte er, Fake News Media, und er nannte dann ein paar Organisationen, Fake News Media sind der Feind des amerikanischen Volkes. Also Journalisten, die ganz gezielt Lügen und Unwahrheiten verbreiten. Liegt Trump total falsch? Nein, ich bin auch gegen Lügenpresse. Ich bin auch dagegen, dass Journalisten nach Belieben, inquisitorisch, einfach nur, weil einer nicht links ist, ihm irgendwelche Dinge unterstellen und andrehen wollen, damit er derart moralisch unmöglich ist, dass sie dann wieder als Saubermänner dastehen. Das ist doch nicht das Ziel der Medien. Entschuldigung, liebe Kollegen, die ihr euch jetzt da so aufregt über Donald Trump. Was wurde ihm alles vorgeworfen in letzter Zeit? Man hat ihm vorgeworfen, er habe die Wüste des schwarzen Bürgerrechtlers Martin Luther King aus dem Weissen Haus, genommen, um zu zeigen, ja, hier haben wir den Rassisten, ganz schlimm und so weiter. Stimmte einfach nicht. Völlige Fehlmeldung. Oder erinnern Sie sich an diesen grauenhaften Pseudo-Bericht, wo es geheissen hat, oh, da gab es ganz perverse Sexpartys in Moskau und so weiter. Er hat sich herausgestellt, alles unbewiesene Anschwärzungen, Gerüchte, die dann noch sogar von Schweizer Zeitungen detailliert nachgebetet wurden. Unglaublich, dass so etwas möglich ist. Und, noch der letzte Punkt, seit Monaten schreiben angeblich seriöse amerikanische Zeitungen, Trump sei gleichsam durch die Russen ins Amt gehebelt worden, Putin, der Kreml habe irgendwo die Wahlen beeinflusst. Sind diese Leute verrückt geworden? Glauben Sie wirklich, dass der Kreml, der also genügend Probleme in Russland hat, dass es dem gelingt, Millionen von amerikanischen Stimmbürgern fernzusteuern? Schauen Sie, das ist das Thema, das wir hier haben. Darf ein amerikanischer Präsident das kritisieren? Natürlich darf er das. Finde ich deswegen jedes Tweet, das er rauslässt, gut? Nein, finde ich nicht gut. Ich bin kein Trump-Fan, aber ich bin noch weniger ein Fan von dieser Verteufelungssorge, die wir jetzt haben. Das Gute daran, meine Damen und Herren, ist das Folgende. Diese Lebenslüge der Fake News Media, das bricht jetzt auf. Nein, das geht nicht, dass unser gebührenfinanziertes Staatsfernsehen in dieser Art und Weise Zitate manipuliert. Das ist Lügenpresse. Lügenpresse heisst nicht, man erfindet etwas ganz neu. Lügenpresse heisst, man nimmt etwas und macht daraus etwas ganz anderes, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Es ist jetzt hier etwas laut im Bundeshaus, Sie sind aufgeregt, ich weiss nicht warum, um daraus etwas anderes zu machen. Und das kann ich Ihnen versprechen. An diesem Anspruch können Sie uns messen. Wir lassen in der Weltwoche immer alle Seiten zu Wort kommen. Wir haben eine klare Linie. Ja, wir sind nicht links, a priori. Wir lassen aber auch die Linken schreiben bei uns und uns interessiert die offene Auseinandersetzung. Das war die Einleitung zu diesem Programm. Jetzt noch zum Angebot in der nächsten Weltwoche. Hochinteressant. Titelthema, Sie sehen es hier, der Mann auf ein paar Schweizer Banknoten, die ertrinken mit dem AHV-Signet Bundesrat Berset seine AHV-Reform. Wir schauen das komplexe, schwierige Geschäft an. Ich glaube, nur wenige Leute verstehen es wirklich. Unser Mann Beat Gigi, Wirtschaftschef, er hat es verstanden und er schreibt, warum diese Reform vermurkst ist, warum die nicht gut ist. Ganz kurz vorwegzunehmen, hier wird einfach Geld in ein schiefes System hineingepumpt, ohne dass die Probleme gelöst werden. Wir versuchen hier aus liberaler Sicht, aus freiheitlicher, aus schweizerischer Sicht eine bessere Perspektive, eine bessere Lösung zu skizzieren. Dann, wir haben weitere Themen. Interview mit dem finsteren Stephen Bannon. Das ist ja der Mann hinter Trump, der Sicherheits-, nicht Sicherheitsminister, sein Berater, sein Chefberater. Auch universell verteufelt. Wir haben ein hochinteressantes Interview mit ihm, wo er etwas aus seiner Sicht einmal darstellt, wie sich die ganze Situation für ihn zeigt. Weitere Themen. Kritischer Artikel über den SVP-Asylchef Andreas Klarner, der nur wenige Meter von mir hier jetzt im Saal ist. Alex Reichmuth stellt sich die Frage, schadet eigentlich gar Klarner mit seinem eher provokativen Stil? Schadet er seinen Anliegen, nämlich die Missstände im Asylwesen zu bekämpfen, Zuwanderungsprobleme in den Griff zu bekämpfen? Ist sein outspoken Stil, ist das gut oder ist das schlecht? War der frühere Mann Brand? War das mit seiner Ehre etwas diskreten Art? War das eigentlich wirksamer? Das die Fragestellung dieses Artikels. Dann eine grosse Recherche über die Unwahrheiten, das Pinocchio-Syndrom unserer Politiker hier im Bundeshaus. Wir haben eine definitive Liste jener Unwahrheiten, um nicht von Lügen zu sprechen, die unsere Politiker hier abgeben. Also ein kritischer Bericht, der hier den Wahrheitsgehalt der Aussagen im Bundeshaus unter die Lupe nimmt. Ich habe noch ein Interview mit Otto Schilly gemacht, dem früheren SPD-Innenminister. Grosses Interview mit Otto Schilly. Ich finde das einen ganz hervorragenden Mann. Ich habe ihn immer geschätzt. Er wünschte mir, dass wir solche Sozialdemokraten in der Schweiz haben. Und last but not least, grosse Literaturbeilage. Da für mich das Kernstück, neben dem Text von Rico Bandle über die neue Männerliteratur in der Schweiz. Bärfuss, Muschke und so weiter. Der grosse Artikel von Matthias Matusek über Stefan Zweig, den genialen Romancier und Sachbuchautor. Man sagt ja über Zweig, ein Kollege von mir hat das mal so formuliert, Stefan Zweig ist so etwas wie Sigmund Freud als Oper literarisch aufgeschrieben. Das sei etwas der Stil seiner Bücher, eine aus meiner Sicht sehr treffende Umschreibung. Ich bin ein grosser Fan von Stefan Zweig. Insbesondere sein Buch Maria Stuart und natürlich die Welt von gestern. Sein grosses Buch über das ausklingende 19. und 20. Jahrhundert. Das sind für mich ewige Werte der Kulturgeschichte. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen, dass Sie mir bis hierhin gefolgt sind. Entschuldige mich, dass es etwas laut geworden ist. Hier hinten kann nicht alles beeinflussen. Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre und auch diese wieder hochinteressante Weltwoche. Und trauen Sie den Journalisten nicht, vor allem den Schweizer Fernsehen nicht. Auch der Weltwoche dürfen Sie nicht alles glauben. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es stimmt, ist bei uns einfach grösser. Ich sage das ganz ehrlich, wir sind auch nicht umsehbar. Aber wir haben nicht diese einseitig verblendete und eben inquisitorische Agenda. Wir lassen alle Seiten zu Wort kommen, ohne am Profil zu verlieren. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.